Ich mach nur mal Schwanz-Cam. Ne, Frank, also so geht das echt nicht, ne? Also du kannst nicht einfach offline gehen und so, ne? Far Cry Primal auf Twitch mit dem besten Livestreamer direkt nach Yves LP. So, jetzt bitte von jedem Zuschauer ein herzliches Miau. Sie hat voll Bock dabei zu sein. Cat-Cab. So mit Fuß in der Kamera. Du bist live im Internet. Sag was. Bist live im Internet. Sag was. Sag was live im Internet. Live im Internet. Boah, ich glaub, die Cat-Cab muss ich wirklich einführen, oder? Jetzt wackelt die hinten so peitschend mit dem Schwanz, weil sie das so spannend findet. Boah, dann guckt die Catze jetzt das Spiel an. Ah, da. Wenn jetzt noch der Säbelzahn-Tiger kommt, flippt die dir vollkommen aus. Ich mach nur mal Schwanz-Cam. Sie ist so ein bisschen wie so Masu-Pilami. Tiefe Wunden. Tiefere Wunden gibt es nur bei Yves LP. So, ich muss jetzt leider spielen, oder willst du? In Wirklichkeit spielt auch die Catze. Los, lenk du. Ja, spiel schon weiter. Jetzt, jetzt kommt die mit beiden. Headshot. Äh, ich habe nur vor, öfter zu streamen, wenn mindestens... Yves, wie viele Leute müssen mindestens zugucken, damit man das macht. 100? 200? Ich weiß es nicht. Und, ähm, als vierte Cam, ich weiß ja, eventuell streichen wir auch meine Cam, aber auf jeden Fall machen wir eine Katzen-Cam mit rein. Und dann natürlich auch sehr praktisch bei der Katze, die Schwanz-Cam. Ey, ich habe dir zweimal eine Keule an den Kopf geworfen, du mieses, blödes Scheiß-Tier. Ich habe dir zweimal eine Keule an den Kopf geworfen, du bist.